Diese Frau ist als Otori Akio bekannt. Sie ist eine Tyrannin und Bösewichtin, wird aber vom Publikum geliebt. Das liegt daran, dass sie es wagt, die Machthaber zu schikanieren und sie dazu zu bringen, sich ihrer eigenen Brutalität zu stellen. Sie ist die Anführerin einer Gruppe namens Villens Vicky. Ist sie wirklich eine Bösewichtin oder wird sie schmerzlich mit diesem Namen gebranntmarkt, weil sie nicht bereit ist, die falschen Wahrheiten zu akzeptieren, die von Männern an der Macht verbreitet werden? Spielt das alles eine Rolle? Es tut nicht. Am Ende gibt es nur eine verbrannte Erde, die eine tote Sonne umkreist.